Was hält die Feuer? Das kommt in der Sicht vor. Meine Heilung ist immer übelst wenig. Ist immer sofort weg. Die Monster halten übelst viel aus. Sie sollten niemals mit Feuer spielen. Es ist gefährlich. Super. Warum bin ich hier reingegangen? Mann! Get scared. 100% Das ist echt... Ja super, jetzt fließt ihr da hier hinten, ey. Ich könnte ja echt kochen. Ich würde ja auch schicken. Ich würde ja auch schicken. Ich würde ja einfach an allem vorbei rennen, ey. Ich komme mir eh nicht weiter. Ich verrick ja sowieso immer. Ja, da spiele ich auch schnelles Spiel. Das ist zwar zu peinlich, aber das ist die Wahl. Ich hab das gebracht. Ich hab das gemacht. 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 Das ist doch nicht schlecht. Ich werde in die falsche Richtung geraten. Also... Das wird echt immer besser. Also... Das ist schon ganz knapper. Ich könnte ja gerade irgendwas kaputt schlagen, aber sonst geht's nur ruhig. Hier wird er uns nie finden. Hier wird er uns nie finden. Das wird's klappen, ey. Ich hab das sowas von gar keine Ahnung, wo ich da rausgebe. Das ist echt schrecklich, ey. Langsam regt mich das Spiel wirklich auf. Ich freu mich so schon auf Sieg wieder auf Marna, weil da geht es nicht um der Scheiße. Rennen wir mal wieder zurück, und zwar den kompletten verdammten Scheiß Weg. Rennen wir mal wieder zurück. Das ist alles, dass ich noch ein bisschen versichern kann. 1.1 2.1 3.1 3.1 4.1 4.1 5.1 5.1 5.1 6.1 Wir sind sehr fiel im Vorgespräch. es war so wie ich meine eigene spucke man sieht schon ich könnte wirklich kotzen das war es für heute ich habe kein bock mehr das spiel schafft mich also ich hab selten ein nervigeres spiel gesehen so nervig fand ich die monsterlnr t4 man sieht sich in paar tagen ich habe jetzt erstmal wieder nachtschicht ineinander dreimal muss ich gucken wie ich das hinkriege mit dem walkthroughs also man sieht sich dann später